So Leute, willkommen zurück zur Let's Play Limbo. Ich hatte eigentlich länger aufgenommen, aber Fraps meinte natürlich Nein zu sagen und die Aufnahme einfach mal abzubrechen und ich laber und laber einfach weiter und spiel und spiel. Und ihr seht es einfach nicht. Tja, ich hab jetzt mal das Spiel angefangen, hab jetzt gerade eben hier die Spinne besiegt und dann spielen wir mal jetzt an der Stelle weiter, wo Fraps meinte, einfach die Aufnahme zu beenden. Ich weiß leider schon, was uns erwartet, deswegen ein bisschen doof, aber ist ja kein Problem hoffentlich. So, äh, und wir kleben fest. Und da kommt das Spielchen. Ich versuche es trotzdem mal zu befreien. Ich weiß nicht, vielleicht geht das ja wirklich noch. Ne, ne, und weg. Ja, jetzt wurden wir von der Spinne hochgehoben und werden eingesponnen. Ich werde euch Bescheid sagen, ob man nicht nicht mehr weiter war, also, ob man nicht aufgehört hat zu spielen. So, müssen wir uns jetzt hier raus befreien. Und, hopp. Ja, wir dürfen jetzt erstmal Sackhüpfen machen. Wie im Kindergarten. Und hopp. Und, hopp. Pogustick. Ja, ich komme jetzt so ein bisschen wie Pogustick. Nein! Verflucht. Vollverrückt. Komm schon. Mann ich bin so wichtig hier ja nein sinnlose zeitverschwendung hier ja endlich haben wir es geschafft ich bin der pokus dick master nein tut mir leid da habe ich jetzt nicht mal dran gedacht Sätze runterrutschen schieb dich doch schreckt es nicht AUsch das war ja wohl ein eiskalker Weitsprung so ab jetzt weiß ich nicht mehr was kommt so der roll ach so ach so ja da müssen wir jetzt wahrscheinlich drauf bleiben aber geht es um sich das ist das oh mein Gott schon verpackt der Stein kommt schon jetzt machen nein Beinahe hätte sie uns gekriegt, aber nur beinahe, als haben wir hier, Pferdeschwanz haben wir jetzt, fette Neufrisur, was bist du für einer, lebt, lebt er noch, oh, Oh, das tut mir jetzt aber leid, Kollege, das konnte ich jetzt nicht ahnen, oh, oh mein Gott, damit kann ich nicht leben, wir haben einen Mord begangen, was zum, Ich weiß schon, wie wir das regeln, genau, so, und schwingen wir uns durch die Gebiete wie Tazana, ja, 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 und hoch, 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 feiner Junge, brav gemacht, rauf mit dir, Nein, das war knapp, oh shit, voll durch den Kopf, das tut weh, ah, ja, denk mal, so muss es sein, und hoch, Das war knapp Karambamamba, ja, wie soll man das machen, oh, durch den Hals und da kommt ein Steinchen geflogen, angeschwungen, meine ich, angeschwungen, und, hopp, und hopp, na, und hopp, nein, 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 wir können das nicht оп censorship, Ich stirb zu viel denn im Spiel, ich sterb eindeutig zu viel, ich glaub, das kann man auch nicht schaffen, ohne zu sterben, oder was這個是 hören, ihr schreibt ob es wenn ihr es gespielt habt ob ihr es mal geschafft habt auch nur ein einziges mal wirklich nur ein einziges mal nicht zu verrecken der wird jetzt beinahe da unten reingeflogen wenn ja fühle ich wenn ihr es geschafft habt dann fühle ich mich low wenn ihr es nicht geschafft habt dann fühle ich mich stark was hat denn noch so ein Vieh die Kna 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 K und da oben sind Seile dran einfach durchrennen denke ich warte bevor mir das eine klebt wer bist du denn ey komm mal her feige Sau was zum das ist ein brennender Autoreifen oder was ok das sagt man nichts und kommt da noch was ok was ich besorgen ja schon wieder so welche wenn ich euch in die Finger kriege da war der Markt da waren es auch viel wenn ich nicht wenn ich euch kriege wenn ich hier aber die Schachter dann lege ich euch über das Knie ja aufgehangen sparen gemacht komm her komm her was nein und noch aufgespießt als ob ich genug wäre mit dem Bärenfall in den Rücken zu jagen weicht so langsam nein schafft man nicht also einfach nur laufen bringt es nicht ja dann weiß ich wie es geht haha was nein 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 enthauptet Mist so dann weiß ich aber wie so und ein wir laufen müssen da waren wir jetzt schon leider nicht dass das sie direkt hinterher schwingt wenn wir die Falle hier bewegt die Klammer macht kurz im Schnitt weil ich weiß es ist nicht wie ich aufnehmen nein ich fahre aus schon wieder Gott ich hab den Plan aber ich mache ich fühle ihn nicht durch ich bin blöd anders kann ich mir das jetzt nicht erklären und lauf genauso habe ich das gemeint ja wie soll ich denn da jetzt rüber kommen na da dreht sich gleich aus dann sag ich mal bis gleich